Hallo, hallo! Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Folge spreche ich über das Konfliktmanagement nach der Latte-Methode von Starbucks und ich würde sagen, wir legen direkt los. Let's go! Per Aspera Ad Astra, ich muss natürlich mal wieder ein bisschen ausholen und mein geliebtes Latein irgendwo einbauen. Per Aspera Ad Astra bedeutet wörtlich durch das Raue zu den Sternen oder auch durch das Harte zu den Sternen, also über raue Pfade gelangt man zu den Sternen oder letztlich auch durch Mühsal gelangt man zu den Sternen. Im Koran heißt es, nach der Erschwernis kommt die Erleichterung, also letztlich alles Schwere wird erst dann leicht, wenn man das Schwere überwindet. Man darf nicht mit leichtem zu Beginn rechnen und diese Redewendung stammt ursprünglich von Seneca, dem Schriftsteller aus dem damaligen Rom. Er war Philosoph, Dramatiker, Naturforscher, Politiker und einiges mehr und er hat diese Redewendung sozusagen in die Welt gesetzt. Die stammte aus der Tragödie Herkules Furens, der wild gewordene Herkules, der da eben sagt, non est ad Astra mulis et teres via. Also es ist kein weicher, also bequemer Weg von der Erde zu den Sternen und dieser Spruch kam dann auch noch in anderen Kontexten zur Geltung. Unter anderem steht diese Redewendung auf dem Wappen und dem Orden der wendischen Krone von Mecklenburg-Schwerin. Oder ist auch das Motto der United States Air Force Academy, wo es heißt per adua ad Astra, also durch Elend zu den Sternen. Da ist sozusagen das Mühserl nochmal krasser im Sinne von, es ist nicht nur einfach anstrengend, es ist wirklich ein Elend. Und ist auch bedeutungsverwandt mit dem Mindset der Royal Air Force, die ja letztlich natürlich auch in anderen Ländern, zum Beispiel Australian Air Force, New Zealand Air Force, ja oder befindet sich auch der Spruch per aspera ad Astra auf der Flagge vom US-Bundesstaat Kansas. Und ja, letztlich wie gesagt ein sehr bekannter Spruch und hat meiner Ansicht nach auch mit Konfliktmanagement zu tun, weil es eben tatsächlich eine Kunst ist, Konflikte konstruktiv und strukturiert zu behandeln und vor allem mit ihnen umzugehen. Ja, viele Menschen können nicht mit Kritik umgehen, fühlen sich gleich angegriffen persönlich, sind dann beleidigt, ihr Ego ist angekratzt. Ja, sie können nicht aus Fehlern lernen, sie wollen Fehler nicht eingestehen lieber, wollen sie die Schuld anderen zuschieben, um selber gut dazustehen, um zu glänzen oder wollen sich aus der Verantwortung stehlen. Wir sehen das ja auf sämtlichen Bereichen, ja global, kollektiv, individuell. Und man selber hat sich natürlich im Laufe des Lebens auch hier und da mal dabei ertappt rückblickend womöglich, wo man sich seiner eigenen Verantwortung nicht so gestellt hat, wie man es hätte tun müssen. Aber wichtig ist eben Growth Mindset, lebenslanges Lernen. Und ich finde eben, wie gesagt, die Starbucks-Latte-Methode kann dabei helfen, eben strukturiert mit Kritik umzugehen. Und das gelingt eben dann, wie gesagt, auf sämtlichen Ebenen, global, kollektiv, individuell, also als Privatperson, aber eben auch als selbstständiger Unternehmer, als leitender Angestellter, als Angestellter, ja in sämtlichen Kontexten, als Mutter, als Vater, als Tante, als Nachbar, als Bürger, was auch immer. In sämtlichen Lebensrollen, die du dir so vorstellen kannst, natürlich auch gelten für Organisationen, für Vereine, für Unternehmen, ja wie gesagt auch für Kollektive und wer strukturiert mit Kritik umgehen kann, der ist ja nicht nur kompetent, sondern hat auch immer Power-Energy, weil Fehler zu machen ist kein Scheitern, sondern Fehler zu vertuschen ist ein Scheitern, ja weil das letztlich dann auch nichts bringt, es ändert sich nichts, man kann sich selber auch nicht verbessern und ich persönlich glaube, wie gesagt, ein lebenslanges Lernen an Verbesserung und Fortschritt. Und das gelingt eben auch nur, wenn man Selbstreflexion proaktiv in den Alltag einbaut, beruflich wie privat, also im gesamten Work-Life-Flow, wenn man nicht so tut, als wäre man perfekt, denn das ist keiner, sondern wenn man immer wieder in den Spiegel guckt und sich seiner Fehler, seiner Schwächen bewusst ist und auch checkt, das ist nicht schlimm, ja, weil das jeder Mensch hat, aber man muss wie gesagt Verantwortung übernehmen, auch eben als Kollektiv, wie gesagt, im Rahmen von Unternehmen, Organisationen, Vereinen, Klicken, was auch immer, ja, du musst immer mit den Konsequenzen leben, die Dinge nach sich ziehen, die Worte, die du sagst oder auch nicht sagst, das was du tust oder auch unterlässt, all das hat Konsequenzen und das muss jedem bewusst sein, wie gesagt, global, kollektiv, individuell und ich persönlich, wie gesagt, halte die Latte-Methode für sehr sinnvoll, um, wie gesagt, strukturiert mit Kritik umzugehen, ja, also auch zum Beispiel ein Arzt, der unzufriedene Patienten hat oder ein Dienstleister, der unzufriedene Kunden hat, also wirklich in sämtlichen Kontexten ist das anwendbar, auch privat, wenn du Freunde hast, die dich immer kritisieren oder Familienmitglieder oder wo auch immer Kritik kommt oder vielleicht auch, wo du Kritik gibst und merkst, da wird nicht wirklich kompetent damit umgegangen, das wird immer nur so zur Seite gelegt oder abgenickt, weggelächelt, aber es ändert sich nichts, ja, ein Kampf gegen Windmühlen, das ist natürlich auch immer sehr frustrierend, drum, wie gesagt, erstmal per se Kritik nicht negativ framen, ja, dieses, es darf keine Kritik geben, ja, weil nur wer Kritik zulässt, zeigt ja auch, dass er eine starke Identität hat, zum Thema starke Identität und Perspektivenwechsel verlinke ich dir auch einige Podcast-Folgen in der Beschreibung, wie gesagt, natürlich ist Kritik selten angenehm, also kaum einer schreit, juhu, ich freue mich über die Kritik, ja, man hört natürlich lieber Positives, das ist ganz klar, aber an positiven Feedback kann man nicht wachsen und sich nicht verbessern und letztlich ist es wichtig, dass man auch Menschen in seinem privaten, die beruflichen Umfeld hat, die einem ernsthaftes Feedback geben, damit man eben vorankommt, in welchem Kontext jetzt auch immer, ja, weil letztlich, wenn du nur von Ja-Sagern umgeben bist, du kannst dich nicht weiterentwickeln, du wirst immer nur das hören, was du hören möchtest, aber dadurch kannst du dich nicht verbessern und irgendwann kannst du die Probleme auch nicht länger unterdrücken, ja, wie ein Korkenzieher, natürlich kannst du ihn unter das Wasser drücken, aber sobald du die Hand wegziehst, fliegt er nach oben, ja, er ploppt wieder an die Wasseroberfläche und so ist es mit Problemen, so ist es mit Kritik, wenn du sie hier an der einen Stelle unterdrückst, dann wird sie auf einer anderen Seite wieder hochkommen, ja, und dann ist eventuell ja doch auch was dran oder auch nicht, aber du musst dich trotzdem konstruktiv damit auseinandersetzen und vor allem transparent oder wie gesagt auch selber eben transparent und konstruktive Kritik üben und ja, wie gesagt, es ist ein strukturiertes Beschwerdemanagement in der heutigen Zeit, wo die Menschen überall auf der Welt so maximal gestresst sind und teilweise überfordert, ja, da ist das umso wichtiger, dass man eben strukturiert mit Kritik umgeht, denn logischerweise in emotional aufgeladenen Situationen sollte man den Kopf kühl behalten, sollte man einen kühlen Kopf bewahren und eben diesen emotional aufgeladenen Kontexten und Sachverhalten sachlich begegnen können und hier hilft eben diese Starbucks-Latte-Methode, also Latte ist ein Akronym, jeder Buchstabe steht für etwas, jeder Anfangsbuchstabe eben und dieser Begriff oder dieser Akronym setzt sich eben aus verschiedensten Bereichen zusammen, die ich dir im Folgenden vorstellen möchte. Kurz zum Hintergrund, also das hat Starbucks, die bekannte Kaffeemarke, das bekannte globale Kaffeeunternehmen, deswegen in die Wege geleitet, weil es eben immer wieder auch zu Konflikten kam, dass Leute sich beschwert haben beim Personal, dass der falsche Kaffee geliefert wurde oder die falsche Größe oder irgendwelche Gründe genannt wurden und dann teilweise eben sehr viel Zeit draufging, dass man mit denen diskutiert hat, eventuell hat man gestritten, es sind auch Schimpfwörter geflogen, ja und da hat man sich dann eben auf der höchsten Ebene Gedanken gemacht und gesagt, das kann nicht sein, dass wir hier Zeit verschwenden und dann auch noch natürlich enttäuschte Kunden zurücklassen, die womöglich nie wieder den Laden betreten werden und ab sofort ihren Kaffee woanders kaufen, weil es ist letztlich ein finanzieller Verlust, ein enttäuschter Kunde ist ein finanzieller Verlust oder jetzt unabhängig vom Geld, ja, ein, ja, unzufriedener Freund oder jemand, der irgendwie mit dir im Streit auseinandergegangen ist, der wird eventuell nicht so die tollsten Worte über dich finden, als wenn man einfach sachlich konstruktiv Dinge klärt, man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man muss es eben sachlich konstruktiv lösen. Hierzu empfehle ich dir auch meine Podcast-Folge, wie du eben als Führungskraft kompetent Konflikte lösen kannst, Basic Mindset Power over Force, die authentische Macht gewinnt immer über die Gewalt und ich persönlich halte jeden Menschen für die Führungskraft, für den CEO seines Lebens, egal jetzt in welcher Berufsbranche, privat auch natürlich, im gesamten Work-Life-Flow muss jeder die Verantwortung selbst tragen. Und ja, wie gesagt, Latte, also ein Akronym, Starbucks hat sich Gedanken gemacht, weil sie gesagt haben, das kann nicht sein, dass da Menschen beleidigt werden in unseren Kaffeehäusern, ja, dass dann die woanders den Kaffee kaufen, dann sind unsere Mitarbeiter auch wütend und sagen, die Arbeit nervt sie und sie haben keine Zeit und keine Lust, da dauern zu diskutieren und zu streiten, sie wollten eigentlich nur als Barista irgendwas verkaufen oder mischen oder wie auch immer, ja. Deswegen wurde Latte entwickelt und ich persönlich denke eben, wie gesagt, davon kann jeder profitieren in sämtlichen Berufsbranchen und ja, privat auch natürlich. Wir fangen jetzt mit dem ersten Buchstaben an, also L für Lissen. Es geht darum, dass man erstmal still ist und wirklich zuhört und rausfiltert, was tatsächlich das Problem ist, denn oft wird ja emotional irgendeine Botschaft vorgetragen und dahinter steckt aber eigentlich ein ganz anderes Problem. Also womöglich ist es geringe Wertschätzung oder es wurde nicht richtig zugehört oder was auch immer, aber bevor man eben da reininterpretiert und sagt, ach, das war nichts oder das vielleicht auch abwertet und sagt, das ist nicht so schlimm, regen sie sich nicht so auf, reg du dich nicht so auf, dass man erstmal zuhört und überlegt, was steckt dahinter, denn alles hat ja irgendeinen Sinn und was für dich eine Kleinigkeit ist, ist vielleicht für jemanden anderen eine große Angelegenheit und natürlich auch umgekehrt deswegen umso wichtiger, dass man eben den Perspektivenwechsel vornimmt, dass man empathisch ist, ja, Empathie ist Power Energy, um eben zu verstehen, um was geht es wirklich. Also erstmal zuhören, aber ohne zu beurteilen in interessiert mich nicht oder finde ich lächerlich, ja, sondern wirklich zuhören, die Podcast-Folge zum Thema die Zehnstufen oder Arten des Zuhörens, verlinke ich dir auch in der Beschreibung, weil das wirklich sehr, sehr wichtig ist und manchmal ist es eben tatsächlich schwierig, dass man zuhört, weil man sich vielleicht gleich rechtfertigen will oder denkt, man hat sofort die Lösung oder man weiß, was das Gegenüber sagen will. Womöglich hat man sogar recht, aber es ist tatsächlich höflicher und sinnvoller, wenn man das Gegenüber aussprechen lässt. Also am besten vier bis fünf Sekunden nur auf die Atmung konzentrieren, zuhören, Emotionen bremsen und fokussieren, was möchte das Gegenüber und dann eben tatsächlich auch ruhig bleiben, ja, keine Augen verdrehen, nicht genervt ausatmen, sich räuspern, seufzen, all das, sondern das ernst nehmen, ja, denn du möchtest sicher auch nicht, dass, wenn dir etwas wichtig ist, dass das dann so weggebasht wird und man sich darüber lustig macht oder es lächerlich nimmt, also es hat einfach auch was mit Respekt zu tun und, ja, wenn du jetzt bei dir merkst, ich bin wirklich nicht mehr in der Lage, ich habe keine Energie mehr, ich bin schlecht gelaunt, dann ist diese Latte-Methode erst recht etwas für dich, weil es eben ein System ist, dass, wenn du das trainierst und regelmäßig anwendest, wie von selbst abläuft, ja, und damit meine ich nicht, dass das dann ohne Bewusstsein geschieht, aber für dich ist dann einfach Respekt eine Norm, egal wie es dir gerade geht und, ja, egal wie dein Energy-Level ist, ja, im Gegenteil, mit dieser Methode sparst du sogar Energie, weil du eben nicht gleich aufbrausend reagierst oder sagst, kenne ich schon, interessiert mich nicht oder regen sie sich nicht auf, ja, spiel das nicht jetzt so hoch, wie auch immer, ja, du kennst das alles, sondern, dass man eben checkt, okay, zwischen jedem Reiz und meiner Reaktion, in dem Fall deiner, ist immer ein Raum und den auszudehnen ist die wahre Kunst bei allem, ja, vor allem bei Konflikten und natürlich gelingt das auch nicht immer alles perfekt, das ist, wie gesagt, ein lebenslanger Prozess, aber wie gesagt, diese Latte-Methode kann tatsächlich helfen, dass man da eben mit diesem System arbeitet und nicht immer überlegen muss, was muss ich jetzt eigentlich hier machen, ja, oder dieses, ach, ich weiß es doch eh schon oder ich kenne die Lösung, ja, vielleicht hast du etwas schon tausendmal gehörst und denkst, ach, ich weiß das schon, muss ich gar nicht weiterhören, aber jeder Mensch hat eben dann doch seine individuelle Perspektive auf Dinge und deswegen ist es so wichtig, dass auch wenn man glaubt, dass man alles weiß, trotzdem nochmal zuhört und das eben proaktiv und nicht reaktiv, also nicht dieses, ich lass dich mal ausreden, damit ich endlich sagen kann, was ich halte und denke und das ist übrigens die Wahrheit und du bist falsch oder du liegst falsch, sondern, wie gesagt, Perspektivenwechsel ist Power-Energy, Empathie ist Power-Energy, Meinungsverschiedenheiten, auch Power-Energy, wenn man sie eben sachlich, konstruktiv bespricht und wenn man andere Meinungen stehen lassen kann, ja, also in dem Fall von Starbucks, da wurde eben dieses Latte-Prinzip angewendet und man hat zum Beispiel bei einem, in Anführungsstrichen, falsch gelieferten Kaffee da nicht gesagt, du hast den doch bestellt, selbst wenn das stimmt und man wirklich zu 100% sagen kann, dass die Person diesen Kaffee bestellt hat und jetzt einfach behauptet, sie hat den nicht bestellt, sondern einen anderen, selbst wenn das stimmt, bleiben die Mitarbeiter ruhig und gehen eben diese Latte-Methode durch, um Energie zu sparen, um Zeit zu sparen und weil man einfach sagt, hey, der Kunde ist König und wenn er jetzt sich doch dazu entschieden hat, was anderes trinken zu wollen, dann werden wir ihn nicht überzeugen wollen von seiner, ja, Meinungswechselmethode, sage ich mal, sondern man macht einem einfach das, was er jetzt will, ja. Also wie gesagt, listen war der erste Punkt, dann der zweite acknowledge, also man nimmt das an, was man gehört hat und bestätigt, dass man sich drum kümmert und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass es kein Schuldeingeständnis, das bedeutet nicht, dass du schuld daran bist, dass dieses Thema da ist, ja, sondern du sagst, ich übernehme jetzt dann Verantwortung dafür, also in dem Fall von einem Starbucks-Angestellten, er sagt nicht, ah, ja, stimmt, ich habe ihm das falsche gegeben, das falsche Getränk, sondern er kann sich denken, okay, also sie haben gerade das bestellt, jetzt wollen sie was anderes, okay, dann gebe ich ihnen das, also es geht nicht um Schuld, sondern einfach, gut, ich übernehme jetzt die Verantwortung für ihren neuen Wunsch, ja, also wie gesagt, das ist auch keine Entschuldigung, ja, denn jeder hat irgendwelche Gründe und vielleicht weißt du die noch nicht, vielleicht hat er sich umentschieden oder war er sich doch nicht so sicher, dass er das schon laut gesagt hat, dachte, darüber habe ich eigentlich nur gerade laut nachgedacht, das war noch keine Bestellung oder was auch immer, ja, und du weißt, das Leben ist sehr komplex in sämtlichen Kontexten, Menschen entscheiden sich um, Menschen haben Gefühle, Menschen handeln nicht immer so rational, wie sie sollten, ja, es gibt so viele Studien, zum Beispiel auch bei Richtern, dass sie eben in Abhängigkeit vom Zeitintervall, das zur Mittagspause noch hinliegt oder zurückliegt, dass dann Entscheidungen eher pro oder kontra einen Angeklagten gestellt werden, ja, also je nachdem, wie weit die Mittagspause noch entfernt ist oder wie lang sie schon zurückliegt, ja, stimmungstief, stimmungshoch, egal wie rational ein Richter eine Richterin ist, sie sind auch nur Menschen und die Gefühle spielen dann doch öfter eine Rolle, als sie sollten, ja, gerade in einem Gerichtssaal sollte ja alles sachlich sein, aber auch hier gibt es eben Emotionen, da gibt es Studien, das ist höchst interessant, wie eben auch Autoritäten in sämtlichen Kontexten weltweit dann doch irgendwo auch wieder emotional handeln und deswegen kannst du dir das in deinem Alltag erst recht vorstellen, ja, beruflich wie privat der gesamte Work-Life-Flow, er ist von Emotionen geprägt und zum Teil auch gesteuert, auch wenn etwas nach außen vielleicht rational geframed wird, hinter jeder Ratio stecken auch Emotionen und wenn dich das näher interessiert, check meine Podcast-Folge Homo Sentience, der fühlende Mensch, der jetzt eben bewusster seine Gefühle auch wahrnimmt und sie nicht länger leugnen und unterdrücken möchte. Also wie gesagt, selbst wenn du das jetzt rational nicht verstehst, die Kritik, der Patient oder der Kunde oder die Person da, mit der du da diese Diskussion hast, privat wie beruflich, ja, diese Person hat ihre Gründe, selbst wenn die für dich rational nicht nachvollziehbar sind und eventuell magst du später erklären, dass das aus deiner Sicht jetzt nicht ganz so sinnvoll war, musst du aber nicht, ja, eine Erklärung ist wie gesagt auch keine Rechtfertigung und du kannst einfach sagen, ich verstehe, dass sie unzufrieden sind oder dass du unzufrieden bist, habe ich verstanden, also wieder paraphrasieren, dieses nochmal wiederholen, dass sie das Problem XY stört, ja, problemklar benennen, dann holt man sich nochmal die Bejahung ein, also dass man wirklich checkt, worum es geht, weil wenn das wieder nicht stimmt, dann kann die Person gegenüber das nochmal anders formulieren und anders erklären, wieder zuhören, bis man wirklich das klare Problem präzis benennen kann und beide sich einig sind, das ist das Problem, ja, jetzt im Starbucks, der Kaffee ist falsch, ganz einfach, ja, aber wenn ein Angestellter da jahrelang täglich solche Fälle hat, kann sich denken, dass er irgendwann auch ausrastet, weil er sagt, ich habe doch gehört, was sie bestellt haben, ja, ich möchte nicht die ganze Zeit schuld sein, in Anführungsstrichen, dass sie sich umentscheiden, deswegen die Latte-Methode so wichtig, weil Menschen eben, wie gesagt, irrational sind und gerade wenn du einen Beruf lange machst, dann verlierst du vielleicht die Nerven oder deine Zündschnur wird immer kürzer, weil du dir denkst, ich erkläre das seit Jahren, hört mir überhaupt einer zu, ja, oder privat, du denkst dir, also ich habe eigentlich alles erklärt, aber hier checkt niemand was, ja, was soll das? Und deswegen ist es so wichtig, dass man eben checkt, okay, letztlich jeder Tag beginnt von Neuem und man muss dieses System immer wieder abspulen und, ja, sich immer wieder wiederholen, Kommunikation ist Power-Energy und lieber Sachen öfter sagen, als sie erwarten stumm und dann enttäuscht sein, dass das Gegenüber ganz anders handelt oder eben ungerechtfertigt oder vielleicht auch gerechtfertigt Kritik äußert, auch eine Frage der Perspektive, ja, also wie gesagt, dann auch einfach Feedback geben, wenn man sich jetzt einig ist, was ist das Problem, versichern, ich werde das prüfen, ich werde mich drum kümmern und gebe ihnen zum Beispiel bis zum Tag X Uhrzeit Y verbindlich Zeit Bescheid und dann nochmal Rückfrage halten, ist das okay, ja, oder wenn es etwas ist, was man jetzt gleich lösen möchte, dann kann man das natürlich jetzt sofort machen, also wie gesagt, auch immer kontextabhängig, da erwarte ich dann, dass jeder Mensch für seinen Kontext herstellen kann, aber ich denke, wie gesagt, das ist von selbsterklärend und, ja, letztlich, wie gesagt, ergibt sich das dann auch aus dem jeweiligen Kontext, das kann man jetzt pauschal so nicht eindeutig sagen, mach A, dann B, dann C, sondern, wie gesagt, man muss zuhören, man muss checken, was ist das Problem, paraphrasieren, Frage halten, Rücksprache halten, ist das wirklich das Problem, aus meiner Perspektive ist es jetzt so, ah, okay, ich kümmere mich drum, wann kümmere ich mich drum, bis wann ist das erledigt, ja, in fünf Minuten, jetzt sofort, in zwei Jahren, ja, abhängig vom Kontext. Dann, damit natürlich verbunden, drittens, take action, also das zweite T von Latte, also du versprichst jetzt, dass du aktiv wirst, das bedeutet nicht, dass du schuld dran bist, dass dieses Problem existiert, aber du übernimmst jetzt die Verantwortung, um dieses Problem zu lösen und tust das dann auch in dem Rahmen, in dem Zeitrahmen, Zeitintervall und in deinen Möglichkeiten, die du eben zur Verfügung hast und die du auch verbindlich kommuniziert hast. Du kannst auch herausfinden, wie es überhaupt zu dem Problem gekommen ist und ob es überhaupt wirklich ein Problem ist oder ob es nicht eventuell noch irgendwelche Informationen gibt, die du irgendwie auftreiben kannst und dann merkst, Moment mal, es ist überhaupt kein Problem oder, ja, wie gesagt, es wurde anders kommuniziert oder irgendein Puzzleteil hat gefehlt, aber jetzt hast du es und weißt, ah, jetzt check ich es, schauen Sie mal, dann kannst du auch wieder Feedback geben und dann gestaltet sich die Realität nochmal anders. Ja, wir leben in unsicheren Zeiten, die Realität ist nicht mehr so solide. Wie gesagt, ich empfehle dir auch meine Podcast-Folge Barney Frame Working, wie du eben mit einer starken Identität und Perspektivenwechsel in einer unsicheren Welt, wo die Fakten auch ständig veralten, ja, in einer postfaktischen Welt ist nichts mehr sicher, nicht mehr alles zu 100% greifbar, weil dauernd neue Informationen dazukommen oder Informationen veralten, Sachverhalte werden nicht sachlich dargestellt, stellen immer nur einen Ausschnitt einer Perspektive dar, aber du kannst die Realität objektiv als solche nie komplett betrachten, ja, du bist kein Uhu, der den Kopf drehen kann, 360 Grad, hat, ja, und selbst wenn, wenn dein Kopf in die eine Richtung guckt, siehst du nicht, was auf der anderen Seite passiert und wenn du dann Fragen stellst, was ist da passiert, hörst du auch wieder nur Meinungen und Perspektiven, deswegen ist es so wichtig, dass man so viel miteinander spricht, um zu checken, hey, wie wird hier etwas interpretiert, warum, welche Interessen stecken dahinter und so weiter und so fort, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Prinzipiell empfehle ich dir in dieser Podcast-Folge auch die Playlist NLP Neurolinguistisch Programmieren, wie du eben mit deiner Sprache die Realität erschaffst. Und dann Punkt 4, thank them, also das T, bedanke dich eben für den Hinweis, bedanke dich für die Kritik, das machen so viele Menschen in Anführungsstrichen falsch, dass sie eben Kritik als Angriff sehen, aber wenn du dich bedankst für Kritik, also wenn sie sachlich ist und konstruktiv und wenn nicht, dann sorge durch Gesprächsführung proaktiv dafür, dass du auf das sachliche Thema kommst, also was steckt hinter einer Beleidigung, was steckt hinter einem Wutanfall, da gibt es ja trotzdem irgendeine Kritik, die sich sachlich ausdrücken lässt, und dann bedankst du dich wie gesagt für diesen Hinweis und kannst eben das als Gelegenheit nutzen zu zeigen, welches Potenzial du hast, wie lösungsorientiert du bist, wie problemlösungsorientiert und wie wichtig dir das auch ist, dass andere eben zufrieden sind mit deiner Arbeit oder dass es dir wichtig ist, dass die Beziehung funktioniert, dass das Zwischenmenschliche harmonisch ist, dass du nicht auf Streit aus bist, sondern dass du Konflikte eben sachlich konstruktiv lösen kannst, und man aufhört ständig mit diesen Vorwürfen und Schuldzuweisungen und Projektionen und interessanterweise ist es so, dass ein Großteil der Menschen, die kritisieren, tatsächlich auch bereit sind, die etwas zu verzeihen, wenn etwas schief gelaufen ist, weil sie lieber die Wahrheit hören wollen und ehrlich haben wollen, also ehrliche Antworten haben wollen oder zumindest jemanden, der sich darum kümmert, selbst wenn die Person gar nicht verantwortlich war, die wollen einfach jemanden, der endlich Verantwortung übernimmt, statt sie wieder von Pontius zu Pilatus zu schicken. Deswegen ist es eben so wichtig, dass man Kritik und Beschwerden ernst nimmt und professionell damit umgeht und nicht immer sagt, gehen Sie zu XY, ich bin dafür nicht verantwortlich, ich bin da nicht zuständig. Wenn man das immer macht, in jedem Kontext, dann hilft das auch niemandem. Deswegen Kritik nicht als Angriff auf die eigene Persönlichkeit oder aufs Ego nehmen, sondern immer als Gelegenheit framen, hey, ich kann mich hier unter Beweis stellen, ich kann zeigen, was ich kann, ja, auf sämtlichen Ebenen und dann kommt man eben auch zum fünften Punkt, explain, man vereinbart dann eben eine bestimmte Zeit und stellt das Ergebnis vor, man versichert, dass man alles getan hat, um das Problem zu lösen und das sollte dann logischerweise auch der Wahrheit entsprechen und witzigerweise die meisten Menschen, die sich zuvor beschwert haben, lassen sich dann tatsächlich von der Problemlösung begeistern und geben dann sogar positive Bewertungen online wie offline, ja, weil sie eben sagen, hey, es ist nicht jeder perfekt, es gibt keine perfekten Menschen, es gibt keine perfekten Unternehmen, es gibt keine perfekten Organisationen, aber wenn man eben ein gutes Beschwerde- und Fehlermanagement hat und das dann auch umgesetzt wird, dann ist das wirklich authentisch, weil man eben sagt, wir sind offen für Kritik, wir sind offen für Perspektivenwechsel, wir sind transparent in unserer Aufarbeitung von Problemen und damit zeigt man ja erst recht seine Kompetenz und eben nicht, wenn man eigene Fehler und Schwächen vertuscht und die Verantwortung immer abgibt und anderen die Schuld gibt für das eigene Versagen oder was auch immer, ja, weil das ist natürlich immer das Leichteste, anderen die Schuld geben, den Finger auf andere zeigen, aber du kennst eventuell den Spruch, wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, drei Finger zeigen zurück, ja, also du kannst das gerne mal machen, bei mir ist das dann eben der Mittel, der Ring und der kleine Finger und ja, der Zeigefinger zeigt gerade aus, also drei Finger zeigen zurück, drum, man muss immer aufpassen, dieses klassische, ja, wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen, jeder muss vor seiner eigenen Tür kehren und selbst wenn man wirklich jetzt nichts dafür kann oder in Anführungsstrichen keine Schuld hat, auch keine Verantwortung vorher hatte, kann man trotzdem guten Willen zeigen und eben sagen, okay, ich übernehme jetzt hier trotzdem die Verantwortung, kann man auch betonen, ich war nicht in der Verantwortung, ich bin es auch jetzt nicht, aber ich mache es, weil XY, ja, mir ist die Beziehung wichtig oder mir ist, ja, diese berufliche Schiene hier wichtig oder wie auch immer, also kontextabhängig, aber wichtig eben, dass man diesen guten Willen zeigt und anderen Menschen Respekt zeigt und sie ernst nimmt, egal wie kleinlich es einem selber erscheinen mag, aber irgendetwas steckt immer dahinter und wenn Menschen sich ernst genommen fühlen, dann hören sie mit der Zeit eigentlich auch auf, ständig mit neuen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten zu kommen, weil sie merken, ich werde ernst genommen und ich bekomme hier Aufmerksamkeit und dann, wenn die Beziehung gut ist, ja, dann verbessert sich automatisch auch die Sachebene, also die Beziehungsebene wird heutzutage auch immer noch zu sehr unterschätzt und deswegen ist es so unendlich wichtig, dass man die ernst nimmt in sämtlichen Bereichen, selbst wenn du jemanden nur ganz flüchtig kennst, gibt es trotzdem schon irgendwie eine Beziehungsebene, wenn du jemanden fünf Sekunden kennst, es gibt immer eine Beziehungsebene, deswegen man darf die nie unterschätzen und du kommunizierst immer verbal, nonverbal, du kannst nicht nicht kommunizieren, zum Thema Kommunikation verlinke ich dir auch noch ein paar Podcast-Folgen in der Beschreibung. Ja, und ansonsten, wie gesagt, die Latte-Methode von Starbucks, sehr, sehr relevant, eben per Aspera ad astram, am Anfang denkst du gar keinen Bock, ja, ich möchte das nicht oder es interessiert mich nicht oder ich finde das lächerlich, aber wenn du dir eben wirklich die Mühe machst und über die Hindernisse gehst und wirklich versuchst, jemanden zu verstehen, seine Perspektive einzunehmen, Empathie zu entwickeln, nach diesem System, dann gelangst du eben sprichwörtlich zu den Sternen, du hast einen glücklichen Kunden oder du hast jemanden, der sagt, wow, mit dir bin ich gerne befreundet oder mit dir bin ich gerne unterwegs oder was auch immer, weil Menschen es einfach mögen, dass man auch mal über sie nachdenkt, weil wir leben in einer sehr narzisstischen, egoistischen Welt, wo jeder immer nur guckt, was kriege ich davon, was habe ich davon, wie kann ich da was dran verdienen oder ja, was ist dann mein Anteil, wie kann ich hier profitieren, ja, jeder will sich in den Mittelpunkt setzen und zu einem gewissen Grad ist das ja auch notwendig, ja, aber darüber hinaus sollte man eben trotzdem immer auch gucken, wie geht es den anderen, gerade im beruflichen Kontext, aber auch privat natürlich, wenn die Beziehungen leiden, dann geht das alles bergab und das gilt auch beruflich so, ja, also der gesamte Work-Life-Flow ist danach ausgerichtet, auch wie gelungen die Beziehungen sind, denn wenn die Beziehungsebene überall schlecht ist, dann nützt dir die sachliche Ebene auch nichts mehr, ja, und deswegen ist es so wichtig, dass man das eben langfristig ernst nimmt und individuell proaktiv immer wieder angeht, wie gesagt, in sämtlichen Bereichen, Organisationen, Unternehmen, ja, in der Arbeit, privat, in welcher Rolle auch immer du da unterwegs bist, diese Latte-Methode kann dir dabei helfen, eben nicht immer ewig zu überlegen, wie mache ich das jetzt, soll ich das machen, ja, ich habe keine Energie oder ich habe keine Lust, sondern einfach immer dieses System abspulen, du kannst auch gerne erstmal theoretisch Szenerien durchgehen, die eventuell auch aufschreiben oder mit jemandem, dem du vertraust, üben, durchgehen, jemand, der die Probleme kennt, ja, eventuell jemand, der mit dir arbeitet oder jemand in deinem Privatleben, dass sie diese Methode durchgeht, immer und immer wieder und du wirst merken, du kannst sie selbst in den kleinsten Alltagssituationen anwenden, ja, wenn Konflikte entstehen in einem Supermarkt, in der Schlange oder beim Tanken oder beim nächsten Kindergeburtstag oder wo auch immer, kann man diese Methode anwenden, immer wieder L-A-T-T-E und ja, letztlich, man spart nicht nur Energie, sondern man merkt auch, wow, ich kann ja wirklich alles auch irgendwie konstruktiv, sachlich, kompetent angehen, ohne auszurasten oder ohne mich auch von negativen Schwingungen und Energien und Gefühlen anderer runterziehen zu lassen, also wie gesagt, läuft auch auf eine starke Identität hinaus, wie gesagt, weiterführende Podcast-Folgen findest du in der Beschreibung und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg mit dieser Kecken-Latte-Methode von Starbucks, keep it in Villa, ciao.